hallo leute willkommen zurück ich bin's wie immer jan und ja hier habe ich jetzt mal kleines fragevideo an euch und zwar möchte ich wissen ob ihr wollt dass ich mir eine facecam besorge beziehungsweise webcam benutzt man ja als facecam und ja weil ihr habt mich eigentlich oder zumindest ein paar von euch haben mich ja schon gesehen weil ich habe ja schon ein video wo man mich sieht hochgeladen die anderen können sich halt angucken wenn ihr wollt ich hab ein paar da jetzt oben zum beispiel so abos special special aber special bonus und sowas könnt ihr auf jeden fall gucken wenn ihr wissen wollt wie ich aussehe und ja da ihr gesehen habt wie ich aussehe halt wollt ihr jetzt fragen ob ihr meine hässliche fratze noch mal so halt manchmal so in videos halt sehen wird also ja ob ich mal eine facecam besorgen soll oder nicht und ja schreibt einfach in die kommentare oder lasst like beziehungsweise dislike da ist mir egal und ja dann würde ich mal sorgen war es das ja bis zum nächsten video tschüss